Ein sicheres Löschboot im Hamburger Hafen bedeutet Sicherheit für die Stadt. Der Hamburger Hafen wächst und die Löschboote müssen einfach mitwachsen. Das neue Löschboot, die Branddirektor Westphal, stellt einen Wandensprung in der Löschbootflotte dar, auch in der Weiterentwicklung der Technik. Wir sind damit sozusagen den Schritt in die nächste Generation gegangen. Das neue Feuerboot für Hamburg ist der größte in Europa. Es hat den größten Fluss und auch die größte Kapazität. Das neue Boot hat eine Schausstattung von 180 Metern und eine Schausstattung von 110 Metern. Eine Kapazität von 2.000 Liter pro Sekunde. Das ist die Menge von drei Tank-Sattelzügen in einer Minute. Unser Anspruch bei der Flotte Hamburg ist, Qualitätsführer zu sein. Und wir glauben, dass wir mit Siemens da einen guten Partner gefunden haben. FFS hat eine lange Erfahrung mit Siemens. Für uns war es eine natürliche Wahl. Die Siemens Technologie ist ein sehr, sehr, sehr guter System. Die neue Systeme ist der 1500-Series CPU mit 8200-SP Motor Starters. Wir haben eigentlich eine Diagnostik-Viefe von alles, was wir haben in der Boot. Ich denke, das ist die beste Feature mit der Flotte, dass wir eine wirklich gute Diagnostik-Funktionen haben. Mit Siemens, die TIA Portion, wir können die ganze Zeit simulieren, bevor wir die ganze Zeit integrieren. Das ist wirklich großartig, und es hat die Programmierung enormes Zeit für uns zu tun. Siemens, für mich, ist die heutige Technik-Technik für heute. Siemens, Ingenuity for Life.